Hallo und willkommen zurück zu Super Smash Bros. 4U mit Sailor's Q und LeonNazercat. So hieß er. Ich vergesse immer den zweiten. Das ist echt krass. Das ging ja bei Mario Kart. Das liegt aber auch daran, dass du das hier unten nicht in deinem Namen drinstehen hast, sondern nur Barry. Ach, da habe ich jetzt Barry drinstehen, ja. Da hat kurz mein Gehirn gerattert. Ja, letzte Woche hat uns Sylvie ganz schön zerstört. Heute ist ein neuer Gast dabei, Tinko8Lol, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wir spielen ein bisschen Zufall heute, ne? Ja, Zufall. Hey. Ich finde vor allen Dingen so schön den Namen so. Das geht richtig schön von der Zunge so. Tinko8Lol. Ja, das stimmt. Das ist in einem Rutsch. Geil ist das denn hier mit der Waffe? Der Student sieht das gerade. Oh, oh. Ah, nein, 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 warum? Ich will lieber Zufall spielen. Doch, Zufall ist klasse. Zufall ist super. Okay, okay, okay. Ich habe lange nicht mehr Peach genommen, aber gut, das haben wir ja Zufall gehabt. Hatscha! Hatscha! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Die Smash ist nicht so gut. Finde ich zumindest nicht. Ah! Und Smash! Ach, scheiße. Ich soll es nicht vorher sagen vielleicht. Bin ich gegen den Genius. Ich könnte dich verwirren. B, 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 Smash, B. Aber das kann man ja. Pille, Pille, Pille! Okay, die rettungsmögliche hat mich umgebracht. Sehr schön. Pille, Pille! Achso, die musst du aufladen. Was denn? Was denn? Ja, jetzt ist es keine mehr oder was? Ja, das ewig aufladen. Das ist so ein Rückstoß, weißt du? Das ist fies. Oh, was? Was? Ja. Das hat mich weggenatzt. Er hat mich weggenatzt. Ich verstehe diesen, der leichteste Charakter der Welt. Man muss nur Atem. Ich pflanzbäume. Bäume pflanzen ist gut. Plus wir greifen den Baum an. Pille! 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 Pille und Bäume, ja. Dabei soll man doch gar keine Chemie mehr benutzen beim Bäume pflanzen. Wie viel seid das doch noch? Das war Wasser. Ja, das sagst du jetzt. Hat mir irgendwer erklärt, wie die Rettungsattacke von Dedikon geht? Aufladen. Das wird gleich eh tot sein. Um, um, B und aufladen und dann irgendwann loslassen. Also nicht B, au! Ja, hoch B natürlich. Genau. Autsch. Ich vergesse jedes Mal, dass ich Mario spiele und eigentlich alles abwehren kann. Au. Waffe ist schön. Waffe ist schön. 20 Minuten lang. Nein, kein Netz! Ich hasse Gefangenschaft, nein! Der Rettungsattacke ist irgendwie witzig, aber auch irgendwie scheiße. Komm zum Onkel. Nein! Oh, nice. Schade, schade. Hui! Autsch! Auna! Ja! Ich hab Barry erledigt. Jetzt ist Rikus dran. Außer ich mach scheiße mich jetzt gar nicht. Nein! Nein! Wow, das war ein komisches Sieg mit der Bewohnerin. Bewohnerin! Einer von uns soll mal Darren nehmen, aber wir haben jetzt ja Zufall gepaart, oder? Dann mach ich das jetzt einfach mal. Okay! Okay! Ah! Derein kann ich übrigens auch. Aber egal, ich mach Zufall. Ich kann ihn nicht und deswegen würde ich sagen... Genau, das machst du den jetzt! Oder sie! Welche Farbe nehmen wir denn? Na blau! Lila blaßblau! So! Lila blaßblau! Lila blaßblau! Ne, so ein türkisblau ist das ja. Oh! 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 Jackisblau! Oh! Ich bin einfach... Ich bin klein und knuffig und ich hab ein kleines süßes Schwert. Oh nein! Mach dir keine Sorgen Kwami! Das ist alles gechillt! Du musst hier nicht der Beste der Welt sein! Das ist Sylvie! Ja! Genau! Ja! Einfach ganz gemütlich spielen, ne? Mach dir keine Sorgen, ob du gewinnst oder verlierst. Hauptsache hast deinen Spaß! Genau! Ui! Steht jetzt bei mir immer ein bisschen anders, weil ich ehrgeizig bin, aber... Das hat nichts zu bedeuten. Also ehrgeizig im Sinne von bei Smash. Ich hasse das, wenn ich da verliere. Ja! Ich bin's gewohnt, deswegen ist das okay. Nur durch Items und der Bewegungssteuerung. Bei Hühnern. Ja, genau. Ne, wirklich alles ganz locker weg. Ganz schnell. Ah, das ist kein Problem! Außer es gibt Hühner drin, dann rastet er richtig aus. Beim Hühnern muss man ausrasten, ja. Ach nein! Bist du tatsächlich türkis hier? Hä? Ui! Die Rettungsattacke mit dem komischen Typen hier. Bist du Ness? Ja. Ja. Ah, das wird da nichts mit retten bei dir. Ey, was soll das? Du musst mit diesem Pfander, musst du dich selbst von hinten anschießen. Und da in die Richtung, wo du dich anschießt, fliegst du dann weg. Darf ich mich auch gleich umbringen? Das meine ich übrigens mit das wird nichts. Ja, keine Schraubis. Das ist ein bisschen eine Übungssache. Hey! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Das ist mein Ziel für diesen Kampf. Oh shit! Wow! Oh! Fick! Nicht schlecht für mich! Du wurdest genäßt! Ja! Du wurdest genäßt! Nein! Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Jetzt kann ich mich nicht mehr retten. Jetzt bin ich tot. Ach, ich lebe noch. Middle Mac hat sich versehentlich selbst erwischt. Naja, das kommt vor. Kann passieren. Frech ich aus Erfahrung. Was ist denn jetzt? Ey, jetzt macht diese komische Kugel. Die musst du lenken. Die musst du lenken. Ja. So. Jetzt hab ich gefreut. Juhu, ich bin tot! Juhu, ich bin tot! Hier, nimm! Nimm meinen Bumerang! Wami, Wami, versuch einfach nicht in der Mitte zu sein. Dann greifen die sich selbst an. Boah! Fuckin' Genius! Nicht schlecht, ja. Boah, sie sehen mit meinem Bumerang aus. Ja, und Bombe durch, Alter, Junge! Du bist der typische For Glory Link. Toon Link, mein ich. For Glory! Ich bin ein For Glory Toon Link. Nach oben springen und Down A machen. Also, ne, das Schwert in den Boden und so. Hier, nimm das! Inki, jetzt fälligst die Bombe. Oh nein! Huida! Huida! Ach ja. Ein spannender Kampf. Wie hoch wie Dricos gewinnen. Huida! Huida! Kann ich sagen, dass ich hier gewinne. Nein! Nein, ich will das nicht! Böse, böse, böse Toon Dings. Ah, schade. Das kann zweigen, ne? Die Spannung riechen. Hast du das gesehen? Er wird gelingen. Oh, shit! Bitte? Ah, ich fliege! Nuuu! Ja, und der Sieger. Aber meine Todesrufe sind immer noch die Besten und so. Juhu! Hallo! Hier, Sophie, keine Tipps, ne? Das ist ja ein bisschen gemein jetzt. Ja, hier! Ne, alles gut. Insider! Wie, ich bin Dritter geworden mit Ness? Ja! Cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mami hat sich versehentlich selbst gekillt einmal. Ach, auch schön. Ich mach wieder Zufall, ne? Ja, auch wieder Zufall. Ihr könnt gerne nochmal Vorschläge bringen, was ich als nächstes nehmen soll. Oder die anderen, wenn ihr das sehen wollt. Jetzt kommt der Zufall, mach Zufall. Okay. Kommt der Zufall, mach Zufall. Ja, ich mach's dann für den nächsten Kampf. Ich mach jetzt mal Zufall. Wenn jetzt Meta Knight kommt, raste ich aus. Okay, ich bin jetzt auch so schön Türkis. Finde ich voll toll. Uh, Türkis! Endlich habe ich einen Bademantel an. Aber die haben so lange nicht mehr gespielt hier. Oh, sexy Bademantel. Ich finde, das sieht aus wie ein Bademantel. Könnt ihr mir gleich mal sagen. Ja, das ist eigentlich auch ein Bademantel. Bist du Little Mac? Nein. Bist du Big Mac? Ja. Ich bin quasi der Big Mac. Ich bin der Big Mac. Ja, Fox. Okay, nehme ich als nächstes. Das wird so höllisch schwer, aber... Fox! Wo bin ich? Hey, da werden wir ja nicht den Türkis. Voll gut, Mann. Ja. Ich bin Türkis. Kommst du? Ja, ich bin der Big Mac. Ja. Oh, Alter! Ich bin der Big Mac. Junge, lass mich los. Ich bin der Big Mac. Ich spriechen, okay? Auf die andere Seite. Nein, ich bin der Big Mac. Hallo. Nein, ich bin der Big Mac. Das ist der Nachteil, ja. Aber... Er ist eigentlich schon recht sexy, muss man sagen. Ja. Ja. Was man nicht behaupten. Ich kling. Ich kling. Selbst im Ganzen mit der Selle. Das ist alles weiter aus. Ja, nein. Vor allem, ich weiß, dass du das gerne machst und dann fühl dich total interessanter, wenn das Ding voll gut. Ah! Wie heißt der Typ hier nochmal? Ich kann mit Namen von dem nicht. D-D-D. D-D-D. Das ist auch schwer. D-D-D. D-D-D. Drei mal D-D. Oh, Triple D. D-D. Oh, shoot. Ich bin tot. Ey, ihr könnt doch nicht einfach so einen Arm entfetleibigen König töten. Ne, entfetleibigen König. Wie könnt ihr nur? Ups. Hier, darf ruhig mal sterben, Rikos. Was will das? Seh ich ja gar nicht ein. Ah! Doch. Ich schon. Ich wohne könnte mal sterben. Ah, wird der Bummel gerettet. Man kann mit dem die Smasher-Attacke echt nicht bringen, weil der einfach viel zu ist. Ah, schieß! Wiii! Oh! Oh! Bogen stand! Ah! Oh! 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 Ich bin so verbreitelt, ich will ein Glas Wein nehmen, Tuddy. Aber ich muss gerade spielen. Das war das war jetzt mein Kredi. Piss Fisch! Und Würste! Und Pfannkuchen! Würste! Und Würste! Das hat König DDD noch alle Würste auch gegessen. Oh! Würstchen! Würstchen! Wiii! Aua! Warum machst du das? Oh nein, Quatschens! Ich hab eine Zögerung beim Fallen! Ich bin 2D! Quatschensu! Du kannst die Pfeier nicht auffangen. Aber ich dachte, den Bummel kann ich auffangen. Oh! Oh! Falsche Taste! Ah! Das ist ja meine Chance! Seine Chance! Komm her! Scheiße! Ich bin wieder drauf reingefallen! Scheiße! Ich bin wieder drauf reingefallen! Boog Spam! Ah! Warum? Warum das? Töte ihn mit einer Bombe! Das hat mir nichts getan! Nichts da! Ich lebe doch! Töte ihn mit einer Bombe! Ach Scheiße! Nein! Yes! Tiffi ist raus und ich gewinne wieder! Genau! Jaja, so ist das! Oh Gott, jetzt muss ich mit Fuchs kämpfen! Warum tust du mir das an? Jetzt musst du mit Fuchs kämpfen! Oh, ich musste gerade mit einem übergewichtigen Ente nicht in einem Badeanzug kämpfen! Enterich! Ja, das ist noch so eine Ente! Übergewichtiger Enterich! 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 Ja! Fuchs in rosa, wie früh! Hört Modus an, das ist keine Ente, sondern ein Pinguin! Okay, dann ein übergewichtiger Pinguin! Hm, stimmt! Das ist ja! Sehr gut! Ja! Hier! Das heißt Hallo auf Italienisch! Hola! Nein, Hola ist Spanisch! Ja! Sag einfach Hi! Buonasera? Keine Ahnung! Kann ich nicht sagen? Hi Medivano! Ah! Mamma mia! Or Spaghetti Bolognese! Ich kann nur Arrivederci, aber das ist glaube ich Tschüss! Sag mal nicht Ciao! Ciao Bella! Ciao! Ja, Ciao! Ciao! Ihr seid so klug! Dann bin ich wahrscheinlich weggeekelt! Ciao Bella! Egal! Porta Ferrari! Aber du kannst trotzdem mit einem wunderschönen Dialekt kannst du dann sprechen, so Spaghetti Bolognese! Das ist so ein bisschen wie Bora dann bei dir! Spaghetti Bolognese! Wie hat man da dann immer Bora draus? Ich muss euch dann übrigens nach der Aufnahme noch was sagen! Was schön ist! Was schön ist! Schön für mich, ja! Ihr werdet euch ärgern! Oh! Ich werde uns ärgern! Es wird drei von deinem Sorte kriegen und nur eine von jemals von uns? Das wäre wirklich schön! Ja! Ich möchte das Fummel auf Knudeln! Nein! Oder ein Fuchs! Komm jetzt! Der ist Haariker! Furry! Sei doch mal nicht so gemein zu mir! Was habe ich denn dir getan? Ich mag Furrys! Alter lass mich Furrys knuddeln! Ich weiß überhaupt nicht was ich mit Cur- Äh mit Cur-Ber-D. Mit Cur-Ber-D. Mit Cur-Ber-D. Komm! Nein! Ich schlafe noch! Keine Schlafenzeit! Wir müssen hier noch ein bisschen durchhalten, Pummel-D. Um Platz drei zu sichern! Irgendwie! Oh! Der Abwehr ist gut, ne? Weiß ich immer! Voll so aus, als wenn der irgendwie Sachen konsumiert hätte, die einen schläfrig machen! Oh! 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 Das könnte sogar Zweiter werden heute! Ah! Glaub ich nicht! Bei mir bin ich oft in der Luft! Währenddessen kann ich nicht angegriffen werden! Äh! Falsch angreifen! Oh! Oh! Die B-Attacke ist gut! Das muss ich nicht merken! Woll ich auch noch sagen! Woll ich auch noch sagen! Werde ich jetzt nur noch spammen! Hm! Ah! Rechts B! Oh! Rechts B! Ist auch toll! Was? Nein! Ich kann das auch! Ach! Ich treffe immer nicht mit den, mit den Attacken von Fox! Da kommt auch so ein rundes Pummelhof angerollt! Brauchst du, brauchst du ein bisschen Coaching in Sachen Fox von mir! Hier, Flick! Oh Gott! War das knapp, ey! War das knapp! Hab gut die Eid! Roll-Attacke! Nein! Roll-Attacke! Das war, das war spannend! Das sah interessant aus! Ah! Shit! Woll auf Singen und hoch und B! Okay, ja, zu spät! Bin ich tot! Ist jetzt nicht so mein Charakter, glaube ich! Oh Gott! Ich dachte schon, der stirbt hier! Ab Platz 3, damit kann ich ganz gut gehen! Das war ein Elfmeter ohne Tod! Ach ja! Fies! Wenigstens hast du einen Fuchs gespielt jetzt, ne? Ja! So, wir können immer noch ein paar Matches machen, eins bis zwei so! Für den Part, oder? Bitte? Hm! Für den Part? Ich hab dich wieder nicht verstanden! Für den YouTube-Part, oder? Ja, ja, genau! Ja, 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 ja! Natürlich! Und dann kommen wir zu noch einem Part! Nehme ich den normalen Animal-Crossing-Stage! Weil die sind toll, die sind schön! Oh! Ich mach wieder Zufall jetzt! Oh! Vielleicht sag ich jetzt einfach mal letztes Match! Ach ja! Ja, wir sind bei 15! Obwohl 14 Minuten... Na, ich weiß nicht! Ja, das passt! Letztes Match! Wir haben dann noch eine Folge vor uns! Oh, Pit ist sehr gut! Pit ist schön! Pit ist schön! Wir... Wir lieben zu tanzen! Wir wollen zu tanzen! Der Chat kann mal gerade schreiben, dass ich einen diesen Charakter hier machen muss! Möglichst schnell! Was ist es denn? Ich kann dir auch helfen vielleicht! Einfach B aufladen und dann schießen! Ehrlich? Zellus hat es schon gesehen, was du hast! Ja, ja, ich hab schon... Alles... Die Strategie komplett ausgearbeitet! Einfach nur B... Spielt... Ist doch hier gerade Fußball? Dann los! Zweite Liga vielleicht, oder? Oh, hallo! Bin ich... Hey Barry! Na, hey! Huh! Wie rette ich mich mit dem? Ja! Huh! Huh! Hier ist keine Zeit für Fitness! Ihr seid wie Tekken! Ihr seid wie Tekken! Ihr seid nicht fit genug für mich! Doch! Niemals! Schau mal mit dem We-Fitness-Fehler! Hier ist ein Pokémon in der Stage, ne? Aber das ist hier die richtige Stage mit verwandelnden Leveln und so! Hoia! Hoia! Nehmen wir an, die machen keine Sachen, die einem... Die machen durch Schaden! Passt auf! Ja! Alter, das war mega mies! Das war echt mies, ja! Hoia! Das ist auch mies! Ach, das Wasser ist mein jetzt tot, oder wie? Ja! Bitte? Ja! Also in die Mitte zumindest! Ach, jetzt durfte ich nicht nach oben! In der Tat! In der Tat! In der Tat! In die Wachstumsphasen! Oh, nein! Jetzt geht das schon wieder los! Ja, ehrlich! Er hat in der Tat gesagt! Er hat in der Tat gesagt! Ach! Warum tue ich das auch? Oh! 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 Ich weiß nicht, wie das mit der Heine funktioniert! Ich will mich angeln! So ist doch an! Und warum verraten sie dir jetzt wohl nicht? Oh Gott! Braucht mal jetzt viel! Nein, nicht ins Feuer! Geh nicht ins Licht! Oh ja, voll rein! Feuer! Ah! Feuer! Geh noch! Schonung auf noch! Wie du lebst noch? Ah! Ah! Ah shit! Das geht nicht so schnell! Sonnengruß! The fuck! Sonnengruß, bitches! Das war mir zu viel gerade! Sonnengruß! Oh, Sonnengruß! Aber Sonnengruß ist gut! Ja, stimmt! Er ist eigentlich gut! Ah shit! Ich habe aber noch ein Leben! Ha! Niemals los! Damit hat er nicht gerechnet! Damit hat er nicht gerechnet! Meine feine Karte aktiviert! Was? Er hat eine Fallenkarte! Er hat eine Fallenkarte! Was? Er hat eine Fallenkarte! Wie die zwei Karten verdeckt! Mit einem Monster-Verteidigungsmodus! Exodia! Oh shit! Ah! Das war geil! Das hatte ich genauso geplant! Genau so was zu machen! Da waren sich alle der Typ! Hä? Wo ist denn jetzt los? Dramatischer Leck! Ne, das ist ein... Hä? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Du! Ich habe gewonnen! Mach ich den Karten ab! Unentschieden! Ich weiß nicht warum! Wer hat die meisten Kills! Wer hat die meisten Kills! Ähm... Ähm... Ich glaube... Kann sogar Barry sein! Na gut, dann war das halt mal... Wisst ihr was? Man muss auch mal den Frieden rüberbringen! Für alle! Vor allem, ich habe so schön Sonnen gegrüßt! Das war toll! Ja, schön dass du dabei warst, Bami! An alle anderen YouTube Zuschauer! Vielen Dank fürs Zuschauen! Schaut bei den Jungs vorbei! Schaut euch die anderen Videos an! Und bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!